Wir sind Felix und Jule von Plant for the Planet, der Schülerinitiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, in jedem Land der Welt eine Million Bäume zu pflanzen. Und wir freuen uns sehr, dass wir als Schirmjunge und als Schirmmädchen hier bei der Hamburger Klimawoche dabei sein können. Für die meisten Erwachsenen bedeutet Zukunft 20, 30 oder 40 Jahre. Aber für viele von uns Kindern ist 2100 immer noch in unserer Lebenszeit. Und wir sehen da weltweit zwei Hauptkrisen für unsere Zukunft. Die Gerechtigkeitskrise mit 30.000 Menschen, die jeden Tag verhungern und natürlich die Klimakrise. Denn jeden Tag holen wir so viel C aus der Erde, wie es eine Million Tage gedauert hat, für die Sonne es dort zu speichern. Ja, Sie können uns unterstützen. Sie können bei unserem Stand an der Europapassage vorbeikommen, wo wir uns freuen, ganz viele Spenden entgegenzunehmen, finanzielle Spenden, aber auch Baumversprechen. Denn Bäume sind der Weg für unsere Zukunft, kann man so sagen. Wir freuen uns darauf, Sie alle bei der Klimawoche zu treffen. Ja, dann hoffentlich bis bald!